Freuen Sie sich auf ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten, Paul Hörbiger in seinen schönsten Rollen. Das werden ja schöne Feiertage werden. Heimatkanal gedenkt dem großartigen Volksschauspieler zu seinem 125. Geburtstag und macht ihn zum Star des Monats April. Er ist ja immer noch da. Was heißt denn der? Seid ich zum Frech, du junger Pupp, du. Haben Sie gehört, was er gesagt hat? Dummer Pupp sagt er zu mir. Jeden Mittwoch zwei Filme ab 20.15 Uhr und die Filmnacht mit Paul Hörbiger am 27. April ab 20.15 Uhr. Nur auf Heimatkanal.